Eine Auszeichnung aus diesem Jahr hätte, wäre letztes Jahr schon an den Einreichbedingungen gescheitert, weil es eben nicht digital ist, und zwar ist das das Bio-Book-Cover von einer Schulklasse des BGB Gesteinach in der Steiermark. Und die produzieren selbst Bioplastik und machen daraus Buchumschläge und Buchhüllen in verschiedenen Farben und Designs. Und zwar bestehen die aus Wasser, Kartoffelstärke, Gelatine und Lebensmittelfarbe. Und diese Idee wollen Sie eben weiterarbeiten und die dann wirklich professionell vertreiben.